Wer wird den Phobia machen müssen? Habt ihr so eine Idee? Rebekah, Nick, Sarah, Jane, wenn du einen Piss nehmen musst, mach es jetzt. Der nächste Freizeit wird für eine Zeit. Troy wird für den Rest von dir kommen. Warum nur sie? Wie gesagt, Troy wird für den Rest von dir kommen. Also bis jetzt haben wir noch nicht die komplette Gruppenstärke von ihnen gesehen. Bin ich der Meinung. Aber das können jetzt hier nicht diese vier Hansels sein. Okay, schau. Wenn wir etwas tun, müssen wir es jetzt tun. Und wenn Luke es alles hat, dann mit ihm zusammen. Ich kann es tun. Wo ist die Gespräche? Mike. Ja? Clementine sollte es tun. Bist du schuldig? Okay. Aber komm mal, das ist verrückt. Sie ist ein Kind. Warum würde ich... Es gibt Millionen Reisen. Sie kennt Luke. Sie kann schlafen. Sie hat das Radio für uns in den ersten Platz. Wer kann das? Und ich bin sorry, Mike, aber ich weiß nicht, dass ich dich von Adam, okay? Und wenn ich jemanden vertraue, um etwas zu tun, das wichtig ist, dann vertraue ich sie. Kenny ist richtig. Ich sollte es tun. Wenn du den Job einfach erledigt werden musst. Also, wahrscheinlich wäre Mike damit perfekt reingekommen und ich werde es verkacken. Irgendwie auf dem Weg. Ich werde es verkacken. Ich glaube nicht, dass es heute wie gestern wird. Kein Weg. Keine Schenanequenzen. Dieser Rooster wird deinen Arsch alle Sekunden des Tages beurteilen. Hörst du das? Ich habe Angst, dass ich eine Antwort brauche, Frau. Ja, Sir. Ja, Sir. Komm schon. Oh, du hast deine Pockets aus. Ich werde deine Pockets auf etwas schrauben. Ich werde deine Pockets auf etwas schrauben. Ja, da hinten sieht aus wie Ingmar Stadelmann. Irgendwann Stadelmann mit einer AK. Hey. Sie ist mit mir. Oh, das ist mit mir. Ich habe fast vergessen. Ja. 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 Well, dann, ich gehe sie hin. 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 Mit uns, Menschen, die sie weiß. Es ist nichts, das sie verhörten. Was, was wir tun? Nicht über das. Komm! Wir sind hier in einem Baumarkt eingesperrt, regiert von einem Irren. Das ist eine Art Entschuldigung, aber... Bill war einfach so wichtig. Er hat ein Weed oder was. Es musste sein. Und das war nur einer dieser Moment, in dem dein Blut kalt riecht. Gusspimpel, auf und auf deinen Arm. Weil es so ist, dass die Person, die du glaubst, du wusste, nie war da. Du siehst nervös, Clementine. Was ist das Thema? Du siehst ängstlich aus, kleine Ölfirio. Was denn los? Ja, das ging schon mal so schön schief. Ja. Du hast das schon mal verkackt. Die kann jetzt natürlich auch die ganze Zeit so tun. Irgendwie, ne? Also klar... Das Spiel ist halt echt fies, ne? Du hast ja einfach sagst, okay, die hat sich halt schon mal verarscht. Jetzt kannst du es ja vielleicht ehrlich meinen. Aber du wirst dich immer dafür entscheiden, um zu sagen, so... Ne. Ist mir immer schon im Rücken gefallen, jetzt sagt er noch nicht, dass wir einen Plan haben. Weil die kann ja auch die ganze Zeit auf uns angesetzt werden. Seid mal nochmal nett. Ich liebe dich, du Scheiße. Treu ist aber ein Newton. Treu ist ein Newton. Muss ich sagen. Ist ein netter. Pssst! Luke! It's me, Clementine! It's safe to come out! Lukey Luke! Macht er wegs die Tür zu. Okay, wo ist Luke? Luke! Where is he? So, wo ist er? Er ist bestimmt wieder bei den Mangas. Schwierig, schwierig, schwierig. Luke, wo bist du? Ich muss hier schneller gehen. Shit! Ich schwör dir bei Gott, Alter. You people been here one fucking day and already you're fucking up! Will you wait and see what happens? Move! Hey! Auch bei dir wurd's nicht schnell gehen treu. Muss ich kurz einkaufen. Haha, das darf ich trotzdem sehen. Ahhhh! Shit! They caught him! Yeah, that's what it looks like. Mh! Mist! Whatever you were planning is over. It's done. You can't just run from your problems. You can't just up and leave when it gets tough. Cause there's nowhere else you can go where it ain't. Oh, der Scheiß wird immer krasser hier, ey. Man. So, welche Konsequenz würd ich jetzt wieder haben? Luke, here, he can't help you now. You gotta help yourself. You gotta help me find the strength to forgive you. Now you can start. By telling me where the other one is. I'm gonna count to three. If that radio ain't in my hand by then, we'll have to make things more difficult. One. Luke braucht dat jetzt eigentlich nicht mehr. Two. I found it. It's right here. I got it. Oh, Kenny. Kenny stellt sich da vor. It's alright. Sorry about that. Not sure what I was thinking. Oh, but then if Kenny... What? Fucker. No! Oh, God! Jesus Christ! Stop! Stop him! Somebody stop him! Troy, do something! Let me go! Clementine! Help me! You have to do this, Bill! No! Stop it! Kenny! Kenny! Ah! Ah! Ach Gott, Alter! Bill! That's enough, Bill! Bill! There's a breach! Alright, everyone come with me. Bonnie, you stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah, okay. No supper for you all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Do your best with him, Carlos. You need to get him able to move. Because we're leaving tonight. We're leaving tonight. a half of the night. Okay, okay. Ich will nicht vertrauen, aber... Mal schauen, was sie vorschlägt. Oh, klar! Oh, Klammy! No, no! Oh. Fuck... Aber die zweite, also die finde ich ja noch nicht heftig. Wirst du gerade mal bei der Hälfte, hä? Das ist ziemlich riesig, Leute. Riesig? Verstehst du, was dieser Scheiße gerade gemacht hat? Der Plan funktioniert. Nichts muss sich ändern. Es ist alles fertig. Das ist fertig. Dieser Mann ist verrückt. Wer weiß, was er zu machen? Ja, aber jetzt sind wir mit einem Gottbeet zu sch***, Sarita, in kein Form zu tun, und ich bin ein Scheiße. Schau, wir sollten aufstehen, okay? Wir sollten uns aufhören, und wir sollten uns aufhören. Bonnie hat uns geholfen, heute Nacht. Und das bedeutet, sie kann es nicht mit einer anderen Nacht machen. Tja, was würdet ihr machen? Ich weiß nicht, Leute. Luke macht Sinn. Wir sollten nicht warten. Wir warten nicht. Es ist nichts da, Leute. Verrückt mich, ich habe es gesehen. Es gibt keine Essen. Es gibt keine Essen. Es gibt alles clean. Ich sage nur, wir müssen darüber sensibel sein. Wir müssen jetzt gehen. Es wird nur schlimmer werden. Sorry, ich habe jetzt einfach mal eine innerliche Münze geholfen. Das ist das, was ich spreche. Du musst ihn fixieren. Du musst ihn fixieren. Du musst ihn fixieren. Du musst ihn fixieren. Ich mache mein Bestes. Seine Orbitale ist verbrannt. Ah, f***. Ich habe viel Hoffnung für den Augen. Ich habe ihn so stabil, wie ich konnte. Ich verbringte es. 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 Es gibt keinen anderen Weg. Das ist Scheiße. Aber ich mag es nicht. Aber weißt du was? Es ist, wo wir sind. Kenny und ich sind nur hier, wegen dieser Menschen. Und jetzt möchtest du, uns hinterlassen. Also, wir sollten alle unsere Leben riskieren. Was hast du gesagt? Kenny will uns gehen. Wie kannst du das sagen? Ich will ihn nicht zurücklassen. Das ist, weshalb ich weiß, dass er dich sicher ist. Er will uns alle sicher. Das ist, was er uns sagt, wenn er konnte. Es wäre so etwas wie das. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich wusste schon, ich bin fast schon Jahre. Planen, nicht verändern. Nicht schlecht, alter Mann. Danke, Scheiße. Du bist ein schwerer Mann. Die schwerer Mann werden sich in die Hände vor allem geklappt. Das war schwer. Absolut Mutti. Absolut. Bricht einem das Herz, ey. Bricht einem das Herz, ey. Bricht einem das Herz, ey. Ja. Ja. Absolut, Tate. Absolut, Tate. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Sie ist der Plan? Los geht's. Warte, warte, warte. Warte, warte. So, mal gucken, wie glatt wieder vermassle. Scheiße. Sei vorsichtig. Hey. Clem, mach sicher, dass du Alvin anbrachst. Wiegt 120 Kilo der Typ, Alter. Wie soll ich den jetzt mitbringen? Der sieht immer noch aus wie ein Teller bunter Knete und kann wahrscheinlich nicht doofen. Ich bin elf. Was ist das? Also. Ach Gott, das geht an. Der sieht immer noch aus wie... Scheiße, ey. Alvin? Sind Sie okay? So, bitte sag mir nicht, dass er... Ja, aber sieht noch etwas lebendig aus. Okay. So, Schalter für die Anlage. Okay, kann nicht weiter nach rechts laufen. So, können wir noch irgendwas anders machen. Der Plan. Oh, Schlupf Whisky. So. Das sind die Exterior Speakers. Die drücken wir. Okay, jetzt die Mic. Was? Was ist falsch? Test, test. Nein, Kabel kaputt. Oh, nein. Jetzt müssen wir noch hier die Anlage anmachen. Und? Welche Sound? Nein, 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 nein. Nein, nein, wo sind sie? Können wir nicht den... Ach Gott, jetzt erst mal eine CD suchen, ey. Oh, hier. Da ist er. So. Oh, den bin ich gespannt, was für ein Song es ist. Please work. This 4th of July, make sure your backyard barbecue is complete with house full line of products to meet your grilling needs. Okay. Oh, 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 oh. Wir müssen verschwinden. Come on, we have to go. I ain't going anywhere. But you are. Gone. I mean to get some payback. No, we're leaving. We're all leaving. Ach, Evan. I ain't fit to move, kid. I've run out of road. Let's... No, I'll just go up there and shut that thing off. You gotta get out of here. They'll be here any second. Thank you. Oh, oh, oh. Take care of my girls. I get the feeling this. It's gonna be a girl. Just a hunch. Gone. Boah. Ey, Ingmar. Du Penner. Scheiße. Nimm dir wirklich die Waffe mit, Clemmie. Ah, 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 ah. All you need to make your day special. Oh, shit. Oh, shit. So, it's laser. You want to disrespected me, fine. You want to throw away the life? I'm trying to build for us all. Then fucking fine. You want to run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you and that baby. Before I let you leave again with my child. Jetzt, los, zusammenschlagen. Gleich umlegen. Gleich, ja, nie warten. Abdrücken. Komm, Luke. Das ist nichts von deinem Geschäft. Clemm, wo... Warum ist ein Alvin mit dir? Wo ist er? Ja. Und die... Wahrscheinlich wird's Rebecca machen. Rebecca, ich bin... Oh Gott, ich bin so sorry. Schöne ihn. Rebecca, Rebecca, sweetie, mein Gott. Wie haben wir hier, du und ich? Das ist nur ein bisschen eine Kostadie-Battle, die wir hier in unseren Händen hatten. Nur schöne ihn. Was? Nein, ich... Ist egal. Nicht, doch... Warum denn nur... Wieso denn nur ins Behen? Warum nur? Warum nur? Ich weiß, Luke ist nicht geil, aber ey, es gibt einfach Leute... Also er hat ihm noch Schaden angerichtet. Uh. Okay. Kenny... Kenny zieht's auf die harte Tour durch. Niemals im Leben, wo du sich dieser Tor geöffnet und verbeutät bist. Go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You all just gonna let them do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. I'm not going anywhere. Ich weiß nicht. Ich... Look at you. Fuckin' Ingrates. Unleinbar. Unleinbar. Ich bin mal an Hammer, ich will mitmachen. Ich bin mal an Hammer, ich will mitmachen. That's all right. You'll learn. Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Fuckin' Big Man, huh? Let's... Oh, come on, Clementine. Don't be like that. Don't run away. You know you want to see the show. Who do you think you're fooling, huh? I know you. I know who you are. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny. Coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should've put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. Tch. Jeder bekommt das, was er verdient. Ich weiß. Auch mal. Okay, man hört's noch so im Surround. Oh. Ja. So, jetzt wird's noch mal richtig knackig. So, ihr könnt jetzt schon mal schreiben, wer hat nicht schafft. Asra, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Und, alle trocken? Oh, oh. Siehst du, und einmal nicht auf ihr passt. Aber die Axt sitzt. You guys better hurry up and get the smearing, if you want to live. Or you can die here. Doesn't matter for me. Ah, Sarah, grüß dich, grüß dich, das ist übel. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja, wir müssen mal machen, Mausi. Was ist das ansonsten? Kann ich sie irgendwie voll schmieren? Ne, ich muss mich voll schmieren. Ach, ich muss so höllisch stinken, ey. Turn around, lass mich dich mal ein bisschen mit ekliger Scheiße einspielen. Turn around. I'm sure, there's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Turn around, I'll get your back. We ain't got all day here. Everybody ready? They're almost on us. What in the actual fuck is going on here? Scheiße, Troy, alter. Someone say something before I start. Hey, hey, hey. Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you, you hear me? Troy. Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen. Not whatever the fuck this shit is. I did, but now we can leave. Troy, you can come with us. Oh, that's the best. Well, where would we go? Oh, schön angelot. Oh, that's the ease. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Oh, ho, 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 ho. Oh, der war aber... Der war fies. Der war fies. Tja, aber und dem ist auch nicht schade. Oh, Sarah, schön cool bleiben. Schön cool bleiben. Okay, okay, okay. Wir müssen echt noch ganz, dass wir jetzt hier nicht nur eine Kugel fangen. Nicht reden. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Lauf! Lauf! Okay. Ich muss nicht erst mal, dass es das jetzt nicht hier schafft. Huiuiui. In your face. Und ausgewischen. Und... Oh, wie? Wo? Da und da hast du. Nein. Hebe schnell her, hebe schnell her. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Nein! Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Wir müssen uns irgendwie entscheiden, glaube ich, jetzt gleich. Entweder hier an der Hand packen. Ey, ist das mies. Na los, hau den Arm durch. Jeht nicht anders. Jeht nicht anders. Müssen wir tun. Müssen wir durch. Und jetzt lauf. Oh. Nein, sagt mir nicht, dass jetzt die Folge zu Ende ist. Oh, komm. Oh, ist das mies. Ist das mies. Ah, sagt Cliffing, also wie viel Schottentor. What? Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Oh, nein, ich... Ne Wehe? Ach, das gibt's doch nicht. Wo ist Luke? Wo ist Hera? Sie werden alle sterben, Clementine. Nicht lassen sie dich mit ihnen abziehen.